Hallo und herzlich willkommen bei Arizona Sunshine. Ich mache jetzt einen Koop-Modus mit G-Bear. Hallo, G-Bear. Hi. So. Diesmal im Hellen. Hier haben wir schon gleich ein bisschen Munition. Willst du die nehmen? Ich habe 30. Ja, ich nehme es mal mit. Ja, wunderbar. Ich bin eh der schlechtere Schütze. Oh, da unten haben wir auch schon gleich einen Zombie. So verdammt heiß. Unser Freddy da nimmt ein Sonnenbad. Hey Freddy, macht's schon. Oh, sieht gut aus. Oh ja. Oh, steht noch wieder auf. Oh, so. Auch erledigt. So, jetzt habe ich auch ein bisschen Munition. Hier ist ein Radio. Hey, ein Radio. Mal sehen, ob es noch funktioniert. Irgendwer sendet was. Aber von wo? Von wo? Ja, gute Frage. Gute Frage. Verdammt. In Ordnung. Denk nach. Denk nach. Attacke. Ich muss ein anderes Radio finden. Oh, oh. Ich muss dem Ganzen auf den Grund gehen. Oh, Bein abgeflogen. Ich muss dieses vorreden lassen. Was? Wie viel Munition hast du? Ich habe nur 28 Schuss. Dann nimm den andern mal. Okay. Möchtest du eine Quietsche-Ente? Gerne. Nee, oder? Hey, ich habe eine Trophäe gekriegt. Wegen der Ente, oder was? Wegen der Ente. Hallo, Zombie. Hier sind wir nochmal Muniz. Oh. Ich hätte mich nur mal gefassen. Boom. Ausgecheckt. Du kommst mir gelegen, mein Freund. So, hier noch irgendwo Munition. Da nicht. Da auch nicht. Da ist so Munition. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nee. Ich gucke mal im Kofferraum. Klar. Warte, ich gehe mal gucken. Nein, nein, nein. Wo bist du? Da bist du. Ja. Da ist nix mehr. Irgendwann möchte ich gerne machen zu dann. Einfach entspannen. Hier, T-Bey. Möchtest du einen Hut haben? Ich nimm den Hut gerne. Hey, Cowboy. Habe ich ihn auf? Ja, du hast ihn auf. Iha. Schau dir all diese Autos an. Guck, du hast noch einen Hut. Als ob sie alle vor einer Horde geflohen wären. Kann ich den Hut mit aufsetzen? Nee, ne? Nee. Nie, wenn man von den Bastards spricht. Wie viel Munition hast du? Ich habe 45 Schuss. Komm mal hierher. Zu mir. Im Kofferraum ist noch was. Warte mal. Die kommen da gerade. Jaja. Lass sie kommen. Komm her. Komm her. Ich kriege doch keine. Ich bin unterwegs. Komm, wach ab. Oh ja. Voll den Arsch gerettet. Weißt du das? Ich seh's gerade. Ich seh's gerade. Der hat aber falsch in den Autos. Attacke. Das hat ganz schön Munition gekostet. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. Die Synchronstimme. Alter Schwede. Ist dann schon... Was geht da nur ab, ey? Oh. Ich... Scheiße, ich häng fest. Ah, jetzt. Da noch irgendwas? Oh. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Hab ihn mit weggeflogen. Ja, er ist erwischt. So, ich hab noch 41 Schuss. Hier ist noch... Hier sind zwei Dinger drin. Und eine Handgranate. Nimm du dir mal die Handgranate noch. Hier ist noch eine Muni. Dann hast du die noch. Geh weg. Jetzt häng ich wieder fest. Oh ja, der hat sich genau dahin gelegt. Warte mal, vielleicht kann ich was machen. Oh, ich hab die Tür zugemacht. Dann geben wir es wieder. Wunderbar. Das ist auch nix. Hier ist nix. Da ist nix. Das ist wie hässlich. Oh, hier sind welche. Ey, guck dir mal den Bug an. Siehst du das auch? Guck mal hier, bei mir. Da wo... Was ist da? Da, ein Einschussloch. In der Luft. Nein, nee, das sehe ich nicht. Kein, schade. Ein Einschussloch in der Luft. Ja? Ich habe in die Luft geschossen. Die Luft ist tot. Genau. Und getroffen. Und die Luft ist tot. Tschakka. Oh, noch Munition gefunden. Da ist aber nix weiter. Da noch? Auch nix. Okay, dann geht's weiter. Ich drück ständig auf, zu auf mich umdrehen. Ich träg gleich durch. Sicherer Hafen in der Raffinerie. Gut. Vermutlich senden sie das Radiosignal. Und Fred hat schon wieder alle seine Freunde mitgebracht. Vielleicht komme ich da hin. Das Auto gehört die Old Dutchman Main. Ich wette, da gibt's nützlichen Kram. Das sehen wir uns an. So einfach. So, sieht doch schon ganz gut aus. Da kann man nicht weiter. Ja, der Wagen ist abgeschlossen. Da müssen wir erstmal den Schlüssel finden. Ich brauche den Schlüssel. Vielleicht im Ticketbüro. Ticketbüro, das ist doch wahrscheinlich. Ja, da gehen wir doch mal hin. Gucken wir mal, was da abgeht. Wow. Ein Highlight. So hat nicht nix passiert. Nee, irgendwie nicht, ne? Warum gehen zuerst? Ja, geh mal hoch. Ich geh hier runter. Okay. Alles mal eins. Alles mal eins. Erstmal gucken wir, was wir so machen. G-Bear braucht nix. Ich brauch nix. Ich komme schon klar. Ich komme hier rein. Ich freue mich. Wasser geht hier auch nicht. Warte. Oh, G-Bear, ich habe ne Maske für dich, wenn du möchtest. Ich komme gleich. Sekunde. Möchtest du Hut oder Maske? Maske. Alles klar. Ich komme runter. Okay. Ich bin hier oben, wo du eigentlich bist. Glaube ich, dachte. Achso. Wo auch immer du bist. Wo bist du? Ich bin jetzt hier unten in so einem Studio irgendwie. In ein Studio? Ja, hier ist irgendwie so, steht ein Computer und sieht aus wie so ein Studio. Da steht Exit. Achso, hier. Hallöchen. Da bist du. Hi. Oh, jetzt bin ich wieder oben. Hier ist der Autoschlüssel. Ich habe ihn gefunden. Ein Vorbedienungsschlüssel. Ich hab's. Oh, das ist noch Schubladen. Ja, Schubladen kannst du auch alle aufmachen. Da ist was drin. Oh, noch ne andere Waffe. Ja. Nett. Wie viel Munition hast du jetzt? Ich habe 93 Schuss. Okay. Hey, Fret. Oh, guck mal hier. Schön. Oh. Kalt. Bisschen Burger essen? Oh, ich glaube, ich brauche einen. Ich hab 100%. Ja, ich jetzt auch wieder. So, okay, dann gehen wir mal wieder zum Auto. Das rennen sieht aus. Oh, ein kaltes Bier, das hört sich ja gut an. Hätte ich jetzt auch gerne. Wäre jetzt ja, wäre keine schlechte Idee. Auf jeden Fall. Wir haben leider nur Alkoholfrei. Hier, guck mal, da hast du, haben wir eine Maske für dich. Dadurch wirst du zwar auch, dadurch wirst du zwar auch nicht hübscher aussehen, aber, naja, gut. Wie nehme ich die jetzt runter hier? Du hast gar nichts mehr drauf. Einfach nehmen. Okay. Nee, ist runtergefallen. Nochmal. Nee, nochmal. Alle guten Dinge sind rein. Schön ans Gesicht. Okay, bei dir sind's vier. Das war jetzt direkt davor, also. Hier, da unten ist das. Ich probier's noch. Nee, die will nicht halten. Musst du höher machen. Wieso hält die nicht? Doch nicht. Die will nicht. Nee. Oder denk dir, du hast noch was auf. Halt mal über deinen Kopf was fest. Ah. Da war noch der Kaupf. Habe ich sie jetzt auf? Jetzt hast du sie auf, ja. Aber den Cowboy Holt habe ich gar nicht gesehen. Da wurde gar nicht mehr angezeigt bei mir. Na gut. So, dann gehen wir mal zum Auto. Ich habe doch den Schlüssel. Da. Ja. Funktioniert noch. Das sehen wir uns an. Ja, machen wir die Tür auf. Auch nix. Oh, eine Windel, weh. Schau dir das an. Oh, Mist. Oh. Schalt es aus. Schalt es aus. Mist. Da kommen sie. Oh, schau. So. Heieiei! Geht das abdruck von hinten? Oh, ich auch. Noch einer. Kommt die denn alle her, sag mal. Das war's glaube ich. Ja, da ist noch einer. Oh, müde. Verdammt. Das war knapp. Sehr brutal. Na gut, dann los. Oh, meine ganze Pistole wackelt, wenn du das machst. Ja, meine auch. Bin ich überhaupt noch zum Fernseher zu? Ach du Scheiße, wo bin ich denn? Na, wo bist du hingelaufen? Total verdreht. Hier zu Hause. Ich hatte mit dem Fernseher nicht mehr wirklich viel zu tun. Okay. So, sie ist fertig. Wir können rüber. Okay. Da kommt einer. Hm. Weiter rechts auch. Okay. Weiter geht's. Kulisse wie bei Bonanza, ne? Finde ich super. In diesen Minen wär besser geschlossen. Das ist viel zu heiß hier. Nicht so gut wie bei Farpoint, aber gut. Ja. Hat was. Ich find das gar nicht so schlimm. M-m. So, das war schon das erste Level. Okay. Ja. So, beginnen wir gleich mal mit der zweiten. Hinten dran, wa? Das wäre, ja, nicht schlecht. Ja, ne? Kann zu raten. Wo streamst du das jetzt? Auf YouTube oder auf, auf, auf... Stream nicht. Ich lad das Video nachher hoch bei YouTube. Ach so. Ja. Darf ich mich nicht so dämlich anstellen? Hahaha, das wird schwierig. Ist da jemand? Red, bist du da drin? Oh, eier. Hier waren kürzlich Menschen. Vielleicht sind sie noch irgendwo. Das ist das Gehirn immer so weg spritzen musst du. Ich mich mit meiner Umdreherei da andauern, das... Das muss man noch ein bisschen... Haben. Mal ein bisschen was essen hier. Ja, ja, mach ich auch. Mach so ne Runde. Oh, hier ist noch ne andere Maske drinnen. Wenn sie dir lieber gefällt, ich bleib bei meiner Jason-Maske. Ich find die ganz gut, die ich jetzt hier hab. Gut, gut. Ja, Baby. Granaten. Sehr praktisch. Okay, dann geht's gleich weiter. Irgendjemand hat Granaten gefunden. Ja, rate mal wer. Hier ist was für dich. Da, ein bisschen. Wo bist du? Hier, da, da. Ich bin noch im Zelt. Aber es ist ja echt krank, wie die Leute hier laufen, ne? Also... Das aussieht dieses... Ja, sieht schon. Das sieht aus wie... Keine Ahnung. Irgendwie Krankheiten hier. Der Zombie-Virus ist schon in dir, glaube ich. Den haben wir schon mit Sicherheit. Nee, nee, nee. In Ordnung. Ich muss da durch. Mal sehen. So, geht mal da ein bisschen beiseite, so. Ein bisschen. So. Das ist klar. Boom. Kaboom. Hahaha. Unterwegs. Hm, Lucy Mines. Other's way. Okay. Oh, guck mal. Wir kriegen Besuch. Oh, ich muss das doch mal kapieren rein. So. Oh, der sieht ja auch gut aus. Okay. Der ist tot. Ich wollte nur sicher gehen. Oh, da rauscht was. Oh, hinter dir. Der fügt sehr, wie wir gerade verhauen. Mann, der hält aber auch was aus hier. He. He. Ein Hebel. Offenbar steuert dieses Ding die Minentore. Hm. Es braucht Strom. Vermutlich sollte ich der Stromleitung folgen. Okay. Wo bist du denn jetzt? Da oben. Ach, ich. Wenn ich mich nicht ständig drehen würde, wär's hundertmal besser. Glaub ich. Das ist ja hier wirklich peinlich. So, was haben wir denn hier Schönes? Definitiv, Leute. Schauen wir uns um. Vielleicht findet sich etwas Nützliches. Flaschen, die in der Luft schweben. Oh, nicht schlecht. Schubladen. Oh, nett. Oh, im Haus habe ich noch eine andere Maske gefunden. Es gibt total viele hier. Du kannst ja mal da gucken. Da hinten. Oh, ich weiß gerade wo du bist. Ja, genau. Auf dem Regal. Ich komm gleich. Ich hab mal hier so die Schubladen durch. Ja, wir müssen irgendeinen Schlüssel finden. Ja. Gut. Schau dir das an. Ein Schlüssel. Nett. Hey, da liegt auf nem Tisch der Schlüssel. Ah, ne. Ja, doch. Da war nix mehr drin. So war da ich die Zoom drehen. Ja, gut. Alles klar. Ja, gut. Willst du noch mal nach der Maske gucken? Ich guck mal hier gerade. Nicht bald meine. Okay. Dann geht's weiter. So, der Schlüssel wird wahrscheinlich für da oben sein. Dann gehen wir einfach mal hin. Sollen wir nicht mal hochgehen und gucken, was hier oben so los ist? Können wir auf den Rückweg machen. Geben wir erstmal hier nochmal lang. Dann schau sich einer diese leuchtend rote Stromleitung an. Da war einer entweder wirklich unterbezahlt oder schlecht ausgebildet. Ein Blinder hätte diese Stromleitung gefunden. Oder wäre gestolpert. Okay. Hinter dir. Erwischt. An alle die Fretz da draußen. Ich wollte euch nur sagen. Diese Tour. Macht so viel Spaß. Ich habe wirklich viel Spaß. Thema mit ihrem Helm. Ups. Die besser als die. Die Schie schneller. Die Schie. Ich glaube das reicht als Info, oder? Ja. Ich sehe aus wie ein Waffenexperte. Im Ordnung. Lasst uns den Strom wieder anschließen. Gut. Legen wir mal den Hebel um. Ich weiß nie. Sieht aus als hätte es geklappt. Oh, wir kriegen Besuch. Oh je. Dann schnell zurück. Ich muss hier lang. Ja genau. Ich habe mich verlaufen. Oh, Schott auf. Hast du dir die Füße gebrochen oder was? Ich glaube du läufst auch nicht besser. Du siehst aus als ob du angeschossen wärst. Oh. Da ist ein Souvenir-Shop. Ich bin so durstig. Hoffentlich haben die was im Kühlschrank. Okay. Hier geht nichts. Mist. Oh Mist. Ich habe kein gutes Gefühl. Halt den Mund. Du hast den Helm unbedingt, oder? Halt den Mund. Das wird dich jeder Fred in der Nähe hören. Ich habe nichts gemacht. Wir werden alle sterben. Ich schalte es aus. Ich habe nichts getan. Wir werden alle sterben. Ich komme da nicht hoch. Ich auch nicht. Oh Mist. Ja kommen sie. Oh. Da drüben. Oh Gott. Oh nein. Nein, 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 nein. Heute kriegst du mich nicht, Freundchen. Lasst uns in Ruhe. Verdammt. Oh, wieder ein Bein abgeflogen. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jawoll. Macht's schon. Attacke. So, wow. Ich glaube, wir haben das nächste Level geschafft. Cool. Gehen aber recht schnell die Level, findest du nicht? Aber abwechslungsreich. Also, ich find's jetzt nicht zu lang und nicht zu kurz. Ja, das mag sein. Aber das macht Spaß. Genau richtig. Auf jeden Fall. Aber von der Länge her find ich's gut. Oh, und hast du jetzt schon Schiss, wo wir jetzt hingehen? Ich weiß noch nicht, was passiert. Ich ahne schon ein Schlimmes. Oh. Okay, naja. Das ist wirklich dunkel. Wer geht vor? Ah ja, ich dann. Komm. Ich bin der Ältere. Der Ältere. Oh. Du singst im Boden ein. Ja, du bist der Ältere. Du bist sowieso als nächstes dran, ne? Auf der Todesskala, ne? Also von daher. Hier, du kannst das da nehmen, was da auch immer liegt da. Genau. Genau, dass man was sieht. Du hast das Licht. So, jetzt. Ich hab... Ich geh mal vor. Ich seh ja gar nix. Ich auch nicht. Ich seh das doch. Nur, da vorne steht jemand. Da steht jemand. Bist du hin? Ja, du bist hin. Okay. Ich bin da. Okay, ich seh gar nichts. Ich brauche etwas Licht. Glaub ich keine Muniz. Doch, 123 Schuss hab ich noch. Okay. Ja, ich bleib mal hier hinten. Das ist mir so unheimlich da unten. Oh, du Schisser. Komm mit. Komm mit. Bleib zusammen, um zu überleben. Ha. Du hast keine Wahl. Scheiße. Okay, sagen wir es mal so. Ich hatte ein anderes Problem. Ich hab's immer noch. Okay, ich seh gar nichts. Ich brauche etwas Licht. Komm mal zu mir. Ich hab ein Problem. Ich kann mich nicht vorwärts bewegen. Ach so. Ich kann nichts mehr machen hier. Geh mal zurück. Probier mal zurück zu gehen. Ja, zurück ging weiter, aber vorwärts irgendwie nicht. Vorwärts? Das hakt bei mir. Vielleicht muss ich hier was wegschießen oder so. Oder was machen. Was war das denn? Das war meine Granate. Okay. Wieso kann ich hier nicht weiterlaufen? Ich kann mich auch nicht teleportieren. Ich dachte, das könnte ich dann vielleicht wenigstens. Okay. Ich seh gar nichts. Ich brauche etwas Licht. Das ist eigenartig. Da ist glaube ich irgendwie ein Spielfehler. Das finde ich nicht gut. Ein kleiner Glitch. Ja. Schade. Na gut. Genau. Ob da, zeigt der. Geht nicht mal weiter. Ich geh nochmal nach oben. Mal gucken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwas auslöst. Aber vielleicht tut's ja das doch. Oder liegt das daran, weil du dieses Ding da hast. Was habe ich denn? Ja, dieses Licht da. Aber ich habe kein Licht. Nimm dir mal hier das Ding. Hier hängt sowas und da steht gesperrt von Host. Nett. Ach so. Jetzt kann ich auch laufen. Okay. Witzig. Na gut. Jetzt wissen wir es. Alles klar. War doch kein Glitch. Das war halt einfach nur. Ja. Sollte halt nicht so sagen. Nett. Vielleicht funktioniert er noch. Wir kriegen Besuch von links. Ach ja, diese bösen Zombies immer. He. Hm. Einen Rückstoß starte. Ich sollte vielleicht ein Seil ziehen. Nett. Geht nicht auf. Unrechtlich. Du hast vermutlich einen Grund dafür. Aber du kannst mir nichts sagen, was ich zu... Puh. Gut. Schon gut. Oha. Wir brauchen Schiss, um da durchzukommen. Wo wir eigentlich nicht durch wollen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, ey. Geh mal gucken, was hier so geht. Geh da hoch, geh... Meine Damen und Herren, was haben wir hier noch? Noch mehr alten Kra... Großartig. Du kommst mir gelegen. Hier gibt's ne neue Waffe. Ah ja. Hier auf dem Tisch. Alles in der Kraft. Töööööööhühhhhh 부분. Gucken. Gehen wir mal weiter, wahr? Gehen wir links oder rechts? Du gehst rechts, ich geh links Ich bin im Dunkeln Ich sehe nichts Ich sehe auch nicht wirklich viel Hier liegt einer Offenbar haben hier Leute gekannt Mal sehen, ob sie etwas nützliches da gelassen haben Hallo G-Bear, guck mal hier da Grüß dich Schläft einer Oh ja Ja, nett Hat der irgendwo einen Schlüssel? Bist du hier so am Trampeln? Geht ja gar nicht Nee, nee Geht ja gar nicht Oh, eine neue Maske Oh, hier ist eine coole Maske Ist die harm oder was? Ich behalte meine, aber die ist super Okay Gucken wir mal, was hier oben weiter ist Hier ist Munition Ein Schlafsack Wo bist du da? Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden Schau dir das an Schau dir das an Ein Schlüssel Ich wette, damit öffnet man diese Tür, an der er nicht öffnen steht Glück gehabt Hier ist noch Munition Der hat eine Stimme, der Typ Meine Güte nochmal Dass die immer so Hunger haben auf Menschenfleischte Sollen sie sich lieber ein Hühnchen fangen Man kann doch über alles sprechen Mit dir anscheinend nicht Die sagen immer nur Und 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 Genau Verdauungsprobleme haben die Oh, übelste So, hast du die Munition von da oben? Jawohl Ja, hast du Alles klar, da können wir wieder zurückgehen Gehen wir zurück Gucken wir was Oh, ich sehe Oh, das mit dem grünen Licht Ich glaube hier ist ein Durchgang gewesen Ja Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verwirrt Achso Achso Okay So Hallo Wir sind zurück Wir sollen zusammenbleiben Ja Ich kann dich suchen Juhu Meine Güte nochmal Jetzt geht's hier rum Oh, hauaha Ob das irgendwas bringt, wenn ich die Tür da hinten zoome Irgendwie fühle ich mich da besser Du kannst es ja probieren Habe ich Oh Ah, da ist jemand Gefunden Es ist ja nicht so, dass wir unbewaffnet sind, ne? Nee Das ist wohl richtig, aber die Munition ist schon Ich vermute, jedes Problem lässt sich lösen, wenn man mit Sprengstoff arbeitet So Wo ist jetzt hier ein? Oder ein neues, neue Knarre? Noohoho Spielzeug, Spielzeug Spielzeug Hör ich was Da vorne? Hier an der Seite was? Ja Links Da ja Ich glaube das war umsonst Ich glaube das war umsonst Schlüssel Die wollen auch für all den Schlüssel haben, ne? Aber sowas von Etwas mehr Licht wäre nett Mach der mal hier irgendwas Muss mal gucken Ne Drück mal den Hebel Tut sich nix Lässt mich drücken Komm, da läuft jemand gegen die Wand da hinten Oh ja Aber wir sollen auch noch nicht den Tunnel dann langlaufen, oder? Ob man da hingehen kann? Dass er sich umdreht vielleicht? Den kannst du ein Jo, geht Okay, geht Wie aus dem Gletschk Ach, gut Eieiei Verstecken die sich hier auch noch? Das ist doch meine Energie Jo, einmal abbeißen kann ich Hier liegt ein Schlüssel Hey, das ist mein Schlüssel Granaten Brauchst du auch noch Granaten? Ich habe Guck mal da Da ist Da ist die Maske von Helmut Oh Ich habe mich wieder umgedreht Stimmt, genau Auch nicht schlecht Die ist Ja, etwas Was ist das? Ist so ein Kompass Hm So Okay, dann lassen wir weitergehen Ich habe mich gerade ein bisschen gestärkt Mal gucken, 100% Jawohl Das ist gut Spinner hat gegessen Oder was? Ähm, hm Jetzt habe ich Ja So Das ist die Frage Wo sollen wir überhaupt lang gehen? Ich habe mich gerade Geteleportet Und weiß nicht mehr Wo du bist Wo bist du? Oh Fred, bist du das? Fred Was hast du dieses Mal getan? Jemand verärgert Das war jetzt nicht so nett von denen Da ist was, was nur du nehmen kannst Genau Danke, Fred Okay Verdammt, Fred Musst du denn deine ganze Familie mitbringen? Was zum Teufel, Mann Ich wollte nur ein bisschen chillen Nur du und ich Ein bisschen kennenlernen Herumhängen Aber nein Du musst die ganze Familie mitbringen Ach schon, Mann Ich sagte gerade Ich möchte chillen Boah, da kommt jede Menge Oh, ho, ho, ho Nicht gut Ich weiß nicht, wo wir hin sollen Der Hebel, du hast ja eben so einen Hebel abgezogen, ne? Ja, genau Ich gucke gerade mal Ich gehe, ich laufe gerade mal Weiter Weiter Okay Kannst den Weg wieder zurück Ja Gut, die haben wir auch Verdammt, das war knapp Meine Güte Aber ich habe, was ich brauchte Okay, das haben wir wohl erledigt Das, ja Wo war nochmal die Tür? Die Tür, die Tür, die Tür Ich glaube, da hinten, ne? Ah, hier 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 Jo, passt Können weiter Okay Das gefällt mir nicht Ich habe eine Taschenlampe, also Legen wir los Ich muss dich gerade finden Ich verliere völlig die Orientierung Weil ich mich ständig umdrehe Okay Hier bin ich Wo bist du da? Okay Jesus Es kommt durch die Zonentür gegangen Boah Achso, da geht es weiter Oh Mann Diese Tür nervt Ich werde mich definitiv beim Kundendienst beschweren Okay Also, Leute Mehr B-Movie geht nicht Verdammt Meine Munition war Alle Äh, ja Ich muss nachladen So Die lebt noch Können die auch mal hübsche, hübsche Zombies machen? Dann sind es keine Zombies Dann sind es Models Du bist doch von dasselbe Das stimmt Eine Windel Die war schon einmal sehr nützlich Okay Dieses Baby kommt mit mir Großartig So, ich habe eine Kurbel gefunden Okay, ich nehme mal eine andere Kinder mit Das machen wir es immer nicht So So, dann geht es jetzt Sollen wir da Kann man da überhaupt lang? Bestimmt Das ist unser Weg Ah, nee, nee, nee Okay Ich kann hier nicht zurück Da ist ein In Ordnung Ich muss einen anderen Weg finden Ja gut, dann nehmen wir einfach den Nächsten Gut, den haben wir auch erledigt Ich bewege mich gerade nicht mehr Ich bewege mich gerade nicht mehr Und jetzt geht's Hey Oh meine Güte Was hier los? Da wird's einem schon warm, ne? Mir läuft das eiskalt den Rücken runter So Jetzt können wir da oder da oder was? Da gehen wir jetzt mal rechts rum Na gut Da ist eine Tür Die ist wahrscheinlich zu Ja Nee, ist offen Oh, was ist denn da hinten? Ich gehe mal ganz kurz gucken Okay Ich bleib mal hier Ich guck mal hier so ein bisschen weiter Ganz bisschen Jetzt lässt du mich auch noch Nee Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ich trau mich nicht Nein 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 Wir müssen ja zusammenbleiben Nein Stimmt Vielleicht ist hier auch gar nichts los Vielleicht kommt ja hier was anderes außer Zombies Das wäre auch mal cool, ja? Mal so eine Abwechslung ein bisschen reinbringen Äh Ich bin irritiert, wo das hier hingeht Ich glaube, ich will hier doch nicht weiter Irgendwie sieht er Teleporten Irgendwie sieht das Irgendwie sieht das komisch aus Nee, wir gehen durch die Tür Nee Warte, ich komme zurück Hilfe Ich komme nicht mehr zurück Scheiße Ich komme nicht mehr zurück Wo bist du denn da unten? Wo bist du jetzt? Unten oder hier oben? Wo ich bin? Ich stehe direkt vor dir Dann können wir doch Na Ja gut, jetzt müssen wir runterlaufen Okay Ähm Mal hier ganz rumlaufen Okay Waren wir hier nicht schon? Ja Okay Waren wir Wo müssen wir hier wieder lang? Gott Genau Nein Meinst du nicht, dass es mit diesem Teleport geht? Ich denke nicht Okay Nee Nee Haaa Ja Ja Dann müssen wir hier hoch Ja 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 Das ist dann wie alt und der einzigste Weg Wir können jetzt gleich nicht rechts, sondern links abgehen Richtig Guck mal, die Tür haben wir jetzt schon offen gelassen Genau Hallo Hier ist was Hier kann ich was drehen oder ziehen An diesem An dieser Maschine Ja Ja Hab ich schon Schon Ey Verdammt Wir waren doch hier schon mal Ja Irgendwie Kommt er Ja Hier hoch Äh Ist er wohl nicht von da gekommen? Oder Nee Hier waren wir nicht Okay Nee Hier waren wir nicht Ein Aufzug So komme ich raus Ach Hier ist die Kurve Hoffentlich funktioniert er noch Passt perfekt Vielen Dank So Kurbel, Kurbel Wenn du hochguckst Sieht richtig super aus Das ist richtig gut gemacht So Okay Ist offen Ist hier noch Okay Der Strom ist unterwegs Endlich Ich muss unbedingt hier raus Glauben jetzt noch Zombies kommen? Wahrscheinlich Hm Ja Ich höre sie schon Hier Mist Fred Nichts ist jemals einfach Oh Weshalb kommt die Typen überhaupt hierher Diese Tour nervt Oh 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 Okay Okay Der Licht ist da Ist offen Okay Dann lass uns gleich abhauen Können wir was ziehen drücken machen? Da ist ne Hebel Ja Auf Wiedersehen Hey Lebe wohl du staubige Mine Arrivederci Ich komme nicht wieder Der freut sich ein bisschen zu sehr für mich Er freut sich ein bisschen zu sehr für mich Ah doch Okay Okidoki So Ich würde auch sagen Wir beenden jetzt hiermit Und dann Ja Aber das ist cool Macht wirklich Spaß Ja Und dann machen wir mal ein anderer mal weiter So Ganz genau War auf jeden Fall cool Und vielen Dank fürs Zuschauen An die anderen Bis dann Ciao